Dienstag, 24.03. Es ist Neumond. Das Wetter schlägt heute oft um. Im Fall von Wanderungen und Bergtouren sollten Sie daher Vorsicht walten lassen. Alle neuen Anfänge, ganz besonders morgens, sind begünstigt. Sie können gut entschlacken, abnehmen und auch schlechte Gewohnheiten aufgeben. Trinken Sie genug Flüssigkeit, denn das Kopfschmerz- und Migränerisiko ist sehr erhöht. Eine Wohnung neu einrichten oder ein Umzug wäre besonders günstig und würde leicht laufen. Frischluft in die Wohnräume lassen ist ganz besonders wichtig. Entfernen Sie auch getrocknete Blumen und Gestecke aus Ihrer Wohnung, denn diese machen laut Ping-Shu Ihre Räume leblos und Sie sollten Ihre Räume besser energetisch zum Erwachen bringen. Auch kranke Pflanzen sollten Sie heute rigoros zurückschneiden. Die meisten erholen sich dann und werden sogar schöner und buschiger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017